Hey, herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. Hey, what's wrong with you? Oh mein Gott, hör bitte auf zu singen. Aha. Aha. Wie viel hast du von den Dinger noch? Ich glaube einen habe ich jetzt noch. Heißer Tod. Oh, das klingt ja schon witzig. Aha, okay. Dann müssen wir gleich nochmal zurück an die Bank. Oh ja. Hä? Let's go from. Okay. Mach schon auf hier. Oh nein. Oh, was geht denn hier ab? Geh mal da durch. Ja, warte. Okay, hier muss auf jeden Fall das Ding rein. Nur, warte mal. Ah, äh, das müssten wir hier rüber holen. Ja, ich lasse dich das mal machen. So, geh durch. Du musst das loslassen. Oder willst du, dass ich ja... Nein, du musst jetzt auf anderen Seite. Ja, okay, dann geh ich erst komplett durch. Nee. Du musst ja das Ding holen, oder nicht? Oh, nee, hier müssen wir aber zu zweit wieder dran. Okay. Ah. Scheiße, kein Bot mehr. Wieso, Bot? Ist hier was? Weißt du das nicht? Nein. Ja, hier in der Ecke, glaube ich. Bitte. Danke. Oh nein. Oh nein. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube, das war's. Wollte sie nicht lieber hier auf die Seite... Okay. Ist ja egal, ich kann da rumgehen. So. Okay, das ist das letzte Stück. Gut, kommst du dann jetzt zurück? Nein. Ja, bin bald da. Als ob das jetzt so leicht wäre, zurückzugehen. Was eigentlich, wo du denkst, auch... ...simple Aufgabe. Wetten, äh, äh. Wetten, äh, äh. Bist du sicher? Aha. Aha. Geben Sie auf, Isaac. Sie kommen da nicht mehr neben drauf. Mhm. Das ist mal, Danik. Das ist mal zu, Arschloch. Oh, oh, oh. Aufpassen. Jetzt gucken wir erstmal hin nach heißer... Was, was, was... Wie hieß das? Heißer Tod. Heißer Tod. Und das war das andere nochmal? Irgendein Rahmen. Äh. Genau. Pläne. Der Rahmen ist so ein bisschen kacke. Ja, warum? Der gibt nur... Da, heißer Tod. Ein kompakter Ripper mit Hightech-Schweißbrenner. Modifiziert in einem Munitionssammler. Hier hat man gesammelten Teilen hergestellt. Wo hast du denn das? Unter, ähm, Pläne. Ach so. Ja, der ist ja echt kacke. Ja. Hät ja nix. Nur ein bisschen Tempo. Ein bisschen viel Tempo. Aber das war's ja schon. Aha. Aha. So, Medipack mitnehmen. Oh, ich muss definitiv Medipacks was kaufen, ne? Diese kleinen bringen nix. Ah, wenn du sowieso noch dazu gegangen bist, dann baue ich mir auch noch eins oder zwei. Erstmal wieder Stasi verkaufen. Brauche ja kein Mensch. Na, und ich brauche mal wieder so ein paar von diesen komischen Hebeln. Ja, habe ich jetzt auch. Fünf Stück habe ich jetzt erstmal dabei. Bisschen Munition. Ja, ist doch schon an, immer. Ja, ich komme ja. So, was ist hier los? Oder oben haben wir eine Kiste? Wo bist du? Hä, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin hier. Oh mein Gott. Wären mal die Monster so doof wie du. Ja. Aber dann wären wir schon durch. Oh, woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du herausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja. Vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codex... Was für ein Codex? Bro Codex? Kübelst. Kann vor. Zumindest haben sie ja nicht das Auge rausgestochen. Ich bin gleich da. So. Hier passiert doch jetzt irgendwas. Nicht? Lass mich mal eben nach Mission gucken. Ah, warte mal. Die Müll-Dopini... Ah, zack. Quest gewechselt. Wir müssen hier hinten hin. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen... Warte da liegt. Hm. Warte Fakt. Oh, guck mal hier. Na, das war aber... Was ist das für eine super Kiste? Geht auch. Jetzt gehen wir mal ein bisschen im Müll spielen. Oh, ja. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay. Ah, okay. Da runter. Mein Sucher-Bud ist wieder da. Ich hole den mal eben ab. Ja, ich komme. Oh, das gefällt mir nicht. Alles dunkel. Wow. War wir hier nicht schon? Nein. was war das denn jetzt man kann sich heutzutage nicht mehr auf die musik verlassen echt die haben sich gedacht kommen wir verarschen immer und spiel immer terrormusik ein wenn gar kein terror ist kann die idioten bestimmt immer drauf rein schreckt mich nicht so offen kopf was los wenn er so nervösen finger ja ich hatte nicht hingeguckt dass du da irgendwie rumfummelt oder so ich höre nur schüsse und auf einmal fällt was fällt das durchs bild ein bisschen angst gehabt und schon schnell rechner ausmachen ob er doch einfach liegen auch toll haben was haben was war schön hier hoch ist alles für mich ist so wunderschön ohne dich ich frage mich wo das herkommt ich habe das schon wieder gehört was irgendwas mit du hurensohn ja ich habe die tischung ist ja ich habe sie als beweis geh rein da ist ja du hast ja keine beweise das kann ja was werden oh ja ich gucke mal ganz genau hinterlegt ich habe mich jetzt nicht aufs maul gelegt weil ich das falsch sondern weil mich hier irgendeine viele muss man den rücken freiheit man ich würde ja jetzt geht es aber ab hier es ist schön auf die fresse gekriegt oh ja na toll wir müssen natürlich den umständlichen weg nehmen aber ich glaube ich warte hier oben ich habe hier wieder so ein komisches rätsel aha so ein puzzel warte mal muss ich doch mal so vielleicht so so boah die viecher gehen mir bisschen auf die nüsse oh die scheiße fehlfunktion der brücke so warum es läuft doch alles alter wo kommt er denn her so 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 doch alles wo ist denn jetzt das problem verstehe ich nicht ach die brücke ist unten ich werde bescheuert ich habe auch so ein gelbe sack geschossen der ist dann schön vor meiner schnauze explodiert und dabei habe ich mich schön auf die fresse gelegt dann brauchst du gar nicht so kacke rüber gucken ja doch hier stinkts nach vor jetzt wollen wir gucken ob du das warst da war ich auch ja haha ja ja Mmhm, mmhm. Ja, ich frage mich jetzt mal so langsam, wo der Müll bleibt. Was? Ich hoffe, es ist eh nichts. Ich hoffe, es ist da oben, irgendwo. Oh, der klingt nicht gesunder. Hm. Ja, vielleicht. Ah. Was denn? Oh, toll. Jetzt ist hier der Leiter ein bisschen hoch. Du kannst da unten bleiben. Na, jetzt passiert doch wieder irgendwas. Oh ja. Ah, Energiestörung. Geil. Oh ja. Alter, hau ab. Alter. Alter Vater, lass mich, lass mich in Ruhe. Oh ja. Ah. Ah. Ich muss mal auf ein kleines Video wegwerfen. So. Guck mal, da geht der Roboter gerade unten rein. Schwipp. Klipp und nachladen. Okay. So. Guck mal. Gau, das ist mir die Pikmin im. So. Ja, ich komme, ja, ich komme, ja. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du alleine runterfährst. Äh, hatte ich auch vor. Ja, ich komme, ja. Ich finde ja, so langsam können wir das Spiel mal auf sehr schwer stellen. Ah, guck mal hier. Mhm. Klip plus Feuerrate. So. Möchtest du die Zeit nicht langsam um sein? Ja, ist er auch jetzt. Du stehst ja ein wenig gelangweilt. Dann passiert ja nichts hier im Aufzug. Hm. Da. Die Tür ist auf. Ja, geil. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. 18 Uhr. Wie immer. Macht's gut. Ciao.